Er strahlt, er lacht, er hat überlebt. Und dafür möchte sich Höhlenforscher Magdiki bedanken. In einem Krankenhaus gibt der Gerettete ein erstes Statement und signalisiert damit, es geht ihm gut. Endlich in Freiheit. Höhlenforscher Magdiki saß mehr als eine Woche in einer Höhle in der Türkei fest, tief unter der Erde. Doch jetzt hat das Drama ein Ende. Erleichterung pur. Seit dem 3. September saß der 40-Jährige in der Morkerhöhle fest. Er erlitt Magenblutungen, muss aus 1000 Metern Tiefe gerettet werden. Kein leichtes Unterfangen für die Rettungskräfte. Die Rettung selbst verläuft in mehreren Etappen. Mehr als eine Woche später. Das Höhlendrama ist beendet. Mark Diki sieht wieder Tageslicht. Aufatmen bei den Rettungskräften, den anwesenden Medien und seiner Verlobten. Wir sehen, wie es Teamjof Hygiene klauc vivre. Vielen Dank. Wir sehen, wie wir clips auf den Rettungskräften. Von den Rettungskräften. Wir sehen, wie es пов an den Rettungskräften gibt.